Schwarzer Kaffee ist das Beste. Schwarzer Kaffee ist das Beste. Ich gehe immer wieder zurück. Es ist auch mega cool, dass in... ... so... ... ähm... ... wie heißt das denn? Wie heißt das denn? Verflucht nochmal. Ich mach kurz Pause, weil ich weiß, was gleich passiert. Und ich will das jetzt nicht so schnell haben. In deiner Kaffee immer nachgeschenkt wird. Du musst dann wirklich sagen, ich möchte nichts mehr. Ähm, bis sie dann stoppen. Das finde ich mega cool. Wow! Okay, das ist geil. Too Well Steiner, Hausmannskost. Willkommen in Too Well Steiner. Frühstück, Eier und Bacon nach Art des Hauses. Mega lecker. Frühstückscheeseburger, finde ich nicht so. Apfelwurst Omelette. Das klingt auch nicht so geil. Seesternpfannkuchen, halbe Sterne. Äh, 425, ganze Sterne 6. Finde ich cool. Im Prinzip. Äh, Pancakes in Sternform. Spart man sich auch Teig. Bacon Omelette Bigfoot. Mega geil. Äh, goldenes Kartoffel Omelette. Mega geil. Frischer Haferbrei. Oh, gut. Kommt auch an wie der Gewürztes mit Zimt oder sonst was. Einfach nur Zucker. Dann ist geil. Ich mag kein Zimt. Gute Laune Waffeln. Boah, ist in Ordnung. Ich bin jetzt nicht so ein Teig-Fan. Deswegen auch Pfannkuchen und sowas ist jetzt nicht so meins. Belgische Waffeln und frittierter Fisch. Ich hasse Fisch. Probieren Sie unser schnelles und gefeiertes Frühstück. Finde ich geil. Beilagen. Bacon Bigfoot. Hashbrowns. Wer keine Hashbrowns kennt, unbedingt probieren. Mega lecker. Apfelwurst. Klingt mega eklig. Einen Moment. Können Sie mal strecken. Bagel mit Frischkäse. Geht immer. Krabbenküchlein. Zwei Scheiben Taus. Die gehen immer. Dann aber mit Fettbutter drauf. Getränke Kaffee. Arcadia Bay Röstung. Kostenlose Nachfüllung mit Frühstück. Siehste? Sowas feiere ich richtig. Entweder schwarzer Kaffee oder Latte Macchiato. Das Beste, was man zum Frühstück halten kann. Tee. Gut, könnte man auch noch sagen, hey, kostenlose Nachfüllung. Ein Bier in unserem Restaurant zum Beispiel. Du kannst dir bei uns aussuchen, ob du Kaffee, auch Kaffeespezialitäten. Kaffee gibt es immer so umsonst dazu. Oder Tee umsonst haben möchtest. Das finde ich eine schöne Sache. Frischer O-Saft. Auch mega geil. Kannst du auch bei uns aussuchen, ob du das haben möchtest. Verschiedene Limonaden, Milch, Mineralwasser. Fragen Sie nach unseren Tageskarten. Finde ich geil. Finde ich schön, dass du sowas mit dem Spiel integriert hast. Welcher Dive ist das? Ehrlich zum Frühstück, Digger. Die Lighthouse sieht sooo mysteriös. Drei. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Aber dann wird es nicht ein Moment. Hier, du möchtest. Hier, du liebst. Hier, du liebst. Danke. baby still can't believe your woman when I look at pictures of Chloe speak of the devil danke ich finde die Luca Max together again and Chloe looking for a free meal put your whole damn college fund on your tab I'm treating Chloe for breakfast are you a tone-in for yesterday oh god mom please do not give Max any shit for that she apologized I know she did Max is a good girl woman she's 18 now too old to get lectures from you or sergeant pepper call him David if you don't want to be lectured you only get one damn slice of bacon a day no that's the same another reason to blow this town what is this shit on the jukebox schön dass sie gerade gesagt hat frauen mädchen ist finde es gibt einen ganz gravierenden unterschied dazu das hat nichts mit dem alter zu tun let's talk about your super power I don't have any explanation and I can't explain why I saw that crazy fucking tornado come on that's just a daydream I want proof you can be one time this is all happening so fast will start slow right here now I can tell you every single thing you have in your pocket you have x-ray vision dude I don't even know wirklich alles gleich genau inspizieren das ist ganz ganz winklig da way too easy I need details describe my keychain schädel skull keychain for a punk like you that was so wrong max okay psychic girl let me show you what's actually in my pockets und das müssen wir uns jetzt mehr panda und das müssen wir uns jetzt genau stans angucken danke okay max study every item carefully and don't forget anything panda zigaretten mit sieben zigaretten und geld 5 cent 1 2 3 4 20 und das sind 1 cent 1 2 3 4 5 6 26 cent das ist warte das ist eine verwarnung ort so franklin straße datum 21.09.2013 zeit 10.34 kennzeichen babababa ihr fahrzeug ist in einem sperrgebiet geparkt außerdem außerhalb des gekennzeichnisses parkbereichs sie stellen ein hindernis für den verkehr oder fußgänger da parken sie nicht mehr in diesem bereich alles klar so jetzt müssen wir jetzt quasi zurückspulen jetzt müssen wir zurückspulen machen wir einmal so für heute noch bitte so jetzt machen wir einmal einen schlüssel your car keys duh way too easy i need details describe my keychain panda a cute robot panda keychain not bad super max you do have that irish luck call field what else a cigarette i'm pretty sure you have cigarettes on you yes you know i'm a smoker but how many cigarettes sieben seven cigarettes a superpower that allows you to count cigarettes cool amazing something else in my pockets geld some money clearly i'm rich as fuck how much do i have 26 cents 25 okay 25 you lose okay psychic girl let me show you what's actually what okay max study every item carefully and don't forget quarter ist das eklig ähm quarter ist glaube ich 20 oder 25 hey google wie viel ist ein quarter 1 quarter entspricht 0.25 5 cent ach quarter 25 sag ich doch so ähm dann sind das 75 91 91 91 cent leckt mich mal von vorne das ist ein scheiß quarter alter so verspringen das mal machen wir als erstes das geld clearly i'm rich as fuck yes what davon ist nix richtig oder jetzt muss ich jetzt muss ich ach das sind 86 das eine war nur 15 stück ne nicht ein 10 cent stück siehste dann sind das nämlich 86 siehste siehste dann machen wir gleich den Strafzettel das andere wissen wir 10.34 10.34 10.34 booyah max can tell time even a broken clock is right twice a day what does the hell that means schlüssel er war der panda so so mit sieben so easy also mit dem quad ist wirklich tja da guckst du mal booyah das sieht mega geil aus booyah sehr gut save man i'm hungry like the wolf clearly ich hab auch hunger so jetzt müssen wir mal ein bisschen beobachten now pay attention to everything that happens in the next few moments so you can dazzle chloe with your mad power nah oops did you break another cup really no refill for you shh now i gotta take this call and leave my breakfast hey where is my partner you're a dick you're a dick don't slap me bitch take your fight club outside he started it i'm finishing it a locker a locker that's the best song i've heard yet this is sure the hell better than that other garbage i think our jukebox is headed for davy jones' locker so what are you waiting for okay das war's was okay alles klar jetzt müssen wir das quasi so wieder i'm going to predict four events that will happen in the next 30 seconds or so so der trucker lässt eine tasse fallen trevor lässt ein glas fallen joyce lässt ihren teller fallen der polizist lässt ein glas fallen der trucker lässt eine tasse fallen der trucker drops his mug and joyce rips him a new one so what happens next der polizist erhält einen notruf und geht und er antwortet und sein partner fährt davon und er isst einen doner der partner fährt davon der cop gets an emergency alert on his radio and his partner in the car leaves without him well let's just see how this goes down justin and trevor streiten und joyce schlägt sie und joyce beendet ist und joyce feuert sie an und joyce ist es egal nein sie beendet ist justin and trevor are fighting and joyce breaks it up yes it's getting good can't wait to see what happens und jukebox dreht durch als eine kakerlake drüber krabbelt als eine fliege auf ihr landet als der trucker ein neues league spielt als ein schmetterling auf ihr landet wegen einer kakerlake the jukebox goes crazy as a cockroach crawls on it oh ja pretty bizarro max but let's see if everything happens like you said yes wird es jetzt werden wir jetzt keine zwischenszen nicht oops did you break another cup oh really no refill for you shh now i gotta take this call and leave my breakfast hey where is my partner you called it but he's off to go bust some skaters you're a dick don't slap me bitch take your fight club outside he started it i'm finishing it trevor and justin must be in love you predicted a cockroach on the jukebox i pledge allegiance to max and the power for which she stands this isn't a toy chloe i do have to be careful how i use it screw that of course it's a toy the best toy ever you can bang anyone with no strings attached rewind time and boom it's like it never happened grow up maybe you made a move on me and i would never know yes that's what i did you can rewind time max that's fucking insane we have to play i don't have time you did not just say that huh check out your nose too much blow hey are you okay too much excitement see what happens when we hook up again then let's go to one of my secret lairs and fully test your power you need a sidekick to guide you okay girl wonder show me the way to chloe's game man jetzt habe ich hunger so ein dreck man i think i'm ready for thirds ja man but you only on your first my stomach plans ahead for the burgers your stomach is stark enough for winner i'd love to lecture you over coffee but i prefer to drink in silence in solitude kann ich verstehen ja okay supergirl let's go to my secret place don't even answer we have places to go and bull to do come on before mom starts some more shit let's bail it's kate marsh from blackwell big whoop you don't call me once in five years and now you're all over some biatch you see everyday at school i see how you roll so go ahead chat up kate marsh from blackwell i've got other people to hang out with two definitiv range digga ist ja nicht die einzige freunde die man haben kann oder definitiv sorry hey kate wirst du überlegen what's up please don't let your best friend get in the way you okay i promise kate i won't forget i swear just do your homework and don't stress i really don't think we should go into this right now i'll call you later okay thanks max if you'd rather chill with kate please go ahead you are ridiculous i'm chilling with you okay for now let's rock max is not the grund for you you are not the grund for you you are not the grund digga you are not the schuld if she shit about for real should she react with you you are not the problem you are not the problem you are not the problem with me that we have not to be able to be able to react